passi mal lieber wie geht's dir ja ist schon sehr ausgut kann aber sehr geil aussehen ja deswegen also man will ja irgendwie alles so mit dem offener welt mal und ich stelle mir da schon ganz geil von so ein bisschen aus glas links rechts an den seiten vielleicht in den wänden mit lava arbeiten einfach für die optik gucken gleich mal ich mache noch mal zwei drei sachen die ich vorher machen wollte oh ja ein bisschen kohle haben wir ja viel passiert vor kurzem wenn du erzählen willst kannst du gerne in den tasten kloppen passi so Oh. Hm, hm, hm. Ja, was? Ach ja. Nein! Da will ich gar nicht hin. Hier auch nicht. Oh Mann, ey. Oh, jetzt ist das Boot nicht hier. Na egal. Oh, jetzt ist das Minecraft nicht hier. Oh, nö. Ich weiß genau, es wird darauf hinauslaufen, dass wir irgendwann 20 Boote haben und die alle an der Ecke stehen. Ja, das ist noch nicht so optimal. Da muss ich auf jeden Fall hier an der Seite, muss ich noch die Trapdoors ran. Halt, Richtung! Ja, ohne Trapdoors kannst du das vergessen hier, ne? Aber ich glaube, das läuft, wenn das alles vernünftig fertig ist. Glaub schon. Hm. Ich würde eigentlich schlafen gehen. Gut, denn nicht. Heute ist ja eh Tag. Machen wir kurz mal hier. Äh, 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 äh. Da drüben war es. Ah! Tu Affe, du! Ich höre den halt auch nicht, weil meine Ohren zu sind. Äh. Hü, hü, hü. 1, 2, 3. Äh. Hier hin, ne? Ne. Nee. Nee. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Äh, 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 äh. Äh, das Holz haben wir da. So passt das wieder. So. Hier passt das. Hier. Hier auch. Kommt der rein. Äh, Stein. Das passt, passt, passt. Der Jod? Der Jod? Das ist doch aber... Doch. Das sah gerade so anders aus. Das ist doch kein Diriota drin. Nee. Das ist alles Süd. Äh, die müssen hoch. Äh, die müssen hoch. Ja, okay. Ja, machen wir gleich. Ja, 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 ja. Okay. Dann jetzt hier. Hier. Oh, keine Schaufe mehr. Ich muss einfach mal ein paar Bäume mitnehmen, ne? Außer die großen. Die lässt sich da einfach stehen. Boah, ich muss auch nachher anzünden. Da war gar kein Bock drauf. der Walgite. Oh. Oh. die noch gereicht erst mal so zwei schaufel machen wir mal und und Okay, hier drüben. Kommt komplett raus. Stein. Holz. So, passt, haben wir die erste Reihe fertig. Immer maximal drei runter, denn da kommt man glaube ich noch ganz gut mit hin. Mit dem Nachziehen der Wände. Wir machen jetzt erstmal die Schicht, dann gehen wir da wieder ein bisschen runter. Dann hätte ich schon ein bisschen Bock zu nehmen, weil auch die Monster-Farm schon mal anzufangen. Die Bambus-Farm ist ja jetzt fertig. Also mehr oder weniger fertig. Ein bisschen Feinschliff, ne? Boah, ich glaube, das sieht schon besser aus so, als einfach so. Das sieht so. Hallo Metallion. Metallion, guten Abend. Dankeschön für deinen Rape, drei wunderschönen Menschen. Gute Nacht, mein Lieber. Danke, Eggi, fürs SO an Metallion. Hofer hat es einen geilen Stream gehabt. Das ist, es ist nach wie vor immer noch so widerlich, weil meine Ohren ja zu sind. Ich höre die ganze Zeit mein Herz schlagen. Das ist so ekelhaft, ist das. Aber man, vor allen Dingen, wenn das dann mal wieder schnell schlägt und es klopft dann richtig im Ohr, dann kriegst du gleich, dann denkst du gleich, oh oh. Und auch einkaufen, gestern kurz einkaufen gewesen. Jeder Tritt auf den Asphalt hat so gekloppt im Kopf. Außer, dass ich die Heide-Familie umbringen musste. Äh, im Spiel. Aber warum? Hast du dich nicht gestern noch gefreut, dass sie Kinder machen können? Waren zu viele Kinder. Ja, sehr gut. Ein bisschen zu viel geknattert, sagst du. So. Da, da, da. Da, da. ... ... ... ... ... Oh. Jetzt sind wir gleich einmal rum, ne? Können wir einmal nach unten nochmal gehen. Musst du jetzt im nächsten Stream noch drei meiner Enkel umbringen und dann sollte das klappen, was ich plane. Was planst du denn, dass du deine Enkel umbringen musst? Was ist denn da los? Einmal nach unten, den können wir den hier mitnehmen. Wenn wir hier runter müssen. Ein bisschen ausleuchten. Oh, Kies ist nicht schlecht, obwohl wir jetzt gar nicht mehr so viel Kies brauchen. Habt so gut verheiratet. Sitzen alle irgendwo auf dem Thron und ich versuche gerade zu vereinigen. Also quasi, die machen nicht das, was du wolltest. Oder wie du es geplant hast. Die lassen wir auch nochmal hier, ne? Wir werden uns ja jetzt nicht gut vergl